Ich freue mich so sehr, dass ich diese zwei wunderbaren Kongressveranstalterinnen unterstützen kann und natürlich habe ich diese Bühne genutzt für die Homöopathie, weil die Homöopathie ist das, was in meinem Leben, in dem Leben von meiner Familie so viel Veränderung gebracht hat. Die Homöopathie ist eine einzigartige Methode und ich wünsche mir so sehr, dass die Menschen von diesen Potenzialen der Homöopathie erfahren können. Jetzt sind so viele Menschen impfgeschädigt, es sind so viele Menschen gerade mit Grippeerkrankungen ja letztendlich konfrontiert und hier zeigen wir Möglichkeiten auf, wie ihr eure Gesundheit, euer Immunsystem unterstützen könnt. Und dann gebe ich euch noch meine bewährte Impfausleitung mit als Freebie.